hui auf zum wikinger schiff habe ich Lust drauf so ihr seht switch version am stifsel und eine sache die habe ich noch gar nicht ausprobiert ist mir irgendwie wollte ich ganze wochenende eigentlich schon irgendwie bei und habe auch viel Fortnite gespielt aber total verplant dass es hier ein Feature gibt komm mal gleich zu wenn ich eine Waffe habe äh shit ähm geil hero aiming oh ich höre dich da oh alter scheiß leck gott was ruckelt das denn jetzt schon wieder ich ach so ich siehste ich wollte noch was umstellen nein 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 oh gott hab ich natürlich nix zum heilen ha Hölle Hölle ich habe ihn noch erwischt So jetzt erstmal ein bisschen heilen So einen Start habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt Ich glaube jetzt habe ich aber auch Sind aber auch alle hier so weit weg erstmal Ich habe noch die Falle gehabt Die hätte ich natürlich noch einsetzen können Aber finde ich immer so ein bisschen heikel Die einzusetzen, wenn ich so schnell die wechseln kann Puh, das war ein harter Start Okay, okay, okay Eigentlich sind hier um Wie weit, ach scheiße Ich muss jetzt hier so ein Kristall finden Sonst könnte das eng werden Oder beziehungsweise so ein Wie soll man das sagen Diese Anomalien oder so Da, da ist eins Mit dem kann ich mich jedenfalls relativ schnell hier wegbewegen So So Bekomme ich ein bisschen schneller voran Alles entspannt ok da sind auch noch mehrere von den dhern aber sind jetzt auch hier liegt auch nix doch das heute sagen wir sind doch gerne mal nämlich nach ich hätte gerade eben was gehört ein bisschen krach so tils waren auf jeden fall leute ist klar j ein bisschen rein ja ich gerne ein bisschen solch haben so mich mal ein bisschen hoch heilen hmm meinte ich hätte gerade hier die geräusche gehört wird auch so ein halbes haus ok das ist relativ nah gewesen der donner vom loot drop da hat jemand gute sind zwei drops da erwarte ich eigentlich keine heilung drin ok da oben war noch niemand bei der truhe hier das switch ist das mg alter ist das mg übrigens wahrscheinlich durch das leichte auto aim übrigens mörder effektiv dann ist der neue bereich wo ist er hin sehe ich nicht mehr hier das ist aber krass laut auch wenn es relativ weit weg war na komm na komm leck mich doch ey ok was macht ihr denn da ist ja nicht so dass mich das jetzt stören würde aber es stört mich ähm ja gut egal der kann mir noch der kann mir gerade noch helfen der gute schlürseftra den knall ich mir tatsächlich dann noch mal rein so und jetzt los euh 알았어 m deg penis mhm ne mhm mmhm mhm tiens mhm hm mhm 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 ein mini lag gehabt aber das ist nicht so schlimm und okay der grund ist relativ krass nein 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 wieso im fucking gibt es da jetzt ein fucking lag ich glaub's das war so nicht geplant scheiß dreck war eh schon jemand dann kann ich das gleich lassen dann kann ich auch die ah ok da oben im turm dort läuft jemand hat zwar gehört dass ich auf ihn schießt aber er dürfte mich nicht groß gesehen haben da der wird von irgendwo engaged und wo leider nichts ist doch da ah fuck it ich stehe ja voll im kaktus ey ist er da noch also gyros steuerung beim sniper ist kacke das muss ich glaube ich ausmachen da ist er noch da läuft auch wer das könnte hier oben gewesen sein und da wurde frisch gebaut ich glaube da bewegt sich auch ja moin was stehst du da einfach blöd in der gegend rum what the fuck natürlich in der bewegung aus dem laufen aus dem laufen aus dem laufen also manchmal manchmal glaube ich es ja nicht also das ich meine es ist ja vieles drin aber er hat sich bewegt er ist gelaufen und das ist sein erster kill das ist doch scheiße das ist doch echt ach gott leute hätte so schön sein können die runde hätte so schön sein können immerhin immerhin nächsten level noch gemacht ja gut top 10 schon ganz ok aber das ist ärgerlich naja gut egal weiter gehts krass aus dem gesicht wischen und so dann und bam 2 st z z z z z z z z Vielen Dank.